Willkommen bei Ground & Pound TV, Elia Stefanescu hier vor Ort mit Jonas Bielstein. Vor Ort bedeutet Planet Eater Trainingscamp hier in Baling. Jonas, erzähl uns am besten wie es dazu kam, dass du einer von diesen Kämpfern bist. Es sind ja eine Menge dabei und wie kam es dazu, dass jetzt so ein großes Trainingscamp nochmal hier auf die Beine gestellt wird? Wie hast du es mitbekommen? Primär war ich ja letztes Mal schon hier und war ziemlich begeistert davon, deshalb bin ich wieder hier und beim letzten Mal haben mir einfach die Namen gefallen, die auf der Liste waren. Ich weiß gar nicht, wer kommt oder wer gekommen ist, ehrlich gesagt. Aber ich bin jetzt einfach gekommen, weil es beim letzten Mal gut war. Ich mein Peter gerne trainiere und natürlich auch nichts zu tun. gehabt und deshalb bin ich jetzt hier. Das ist ein gutes Camp. Das trifft sich ja ganz gut, wenn du gerade nichts zu tun hattest, denn bei dir steht ja auch noch ein Kampf an gegen David Basiak am 26. April. Ich denke mal, das ist eine besonders gute Vorbereitung jetzt. Bevor wir dazu kommen, lass uns vielleicht noch ein paar Monate zurückblicken. Du warst bei Bellator unter Vertrag und hast dort ein paar ordentliche Kämpfe abgeliefert, wenn ich das vielleicht aus meiner Sicht so sagen kann. Wie sah da die Zukunft aus oder wie sieht die Zukunft aus mit Bellator? Gibt es da noch was oder bist du inzwischen eine Free Agent? Also ich habe bis auf weiteres keine Zukunft mit Bellator. Ich wollte jetzt, seit langem habe ich versucht, den Sprung raus zu schaffen, sondern habe es jetzt endlich mal auf die Kette gekriegt. Die haben mich rausgelassen nach langem hin und her und haben jetzt ganz viele Faktoren eine Rolle gespielt, sondern mal ein bisschen wenig Kämpfe für mich und war auch ein bisschen ungünstig einfach, dass jedes Mal, wenn ich gerade kurz vorm Turnier stand, wofür ich eigentlich damals unterschrieben hatte, da kam mir immer irgendwas dazwischen, kam mir immer irgendeinen Soccer-Kick oder irgendeinen Filkins dazwischen und dann musste ich wieder ein Jahr lang warten und hatte in dem Jahr vielleicht zwei Kämpfe. Und als ich jetzt schon wieder angewarnt hatte, diese Geschichte, habe ich nochmal darum gebeten, mich rauszulassen. Jetzt bin ich raus. Ich habe natürlich auch ein bisschen im Hinterkopf, so jetzt, dass die UFCs nach Deutschland kommen, so da werde ich nach dem Kampf auf jeden Fall, wenn der Kampf gut ausgehen, dann werde ich mich da nochmal melden. Und das sind auf jeden Fall die weiteren Pläne, aber für ein Bellator ist da für mich nichts mehr. Ja, du sprichst es an UFC natürlich das ganz große Thema hier in Deutschland. Am 31. Mai soll es soweit sein. Wie man hört, blickst du mit einem Auge schon drauf, würde es natürlich gerne dort auftreten. Auf der anderen Seite hast du einen Kampf am 26.04., wie gerade schon erwähnt, bei der Mix-Fight-Gala. Wie wichtig ist denn dieser Kampf deiner Meinung nach? Also kann man vielleicht sogar so davon ausgehen, dass, solltest du diesen Gewinn, giltst du als geheimen Kandidat sozusagen für die UFC? Kann man sowas sagen? Ich kann das auf jeden Fall nicht sagen, das könnt ihr von mir auch sagen. Ich bin leider noch nicht so in der Position. Ich habe mit denen kurz gesprochen. Ich hatte ja schon mal für die ich hatte schon mal einen Vertrag auf dem Tisch, bevor ich dann irgendwie mich dazu entschieden habe, doch gegen Attila Wick zu kämpfen und dann verloren habe. Dann habe ich nach dem Kampf natürlich jetzt nochmal nach dem Bellator Willis-Tech angefragt. Die haben natürlich argumentiert, dass seit dem letzten Kampf, den ich da hatte, seit dem letzten Angebot, dem ich hatte, auf sechs Kämpfe drei Siege gefolgt sind. Das hat denen nicht gereicht. Der Kampf ist auf jeden Fall schon mal wichtig für mich. Eine Niederlage geht gar nicht. Ich muss auf jeden Fall gewinnen, wenn das irgendwie noch was werden soll in der nächsten Zeit und in Kombination natürlich mit diesem Deutschland-Comeback jetzt. Und deshalb ist der Kampf schon schon wichtig. Aber natürlich absolut nichts, wo ich jetzt sagen würde, der Kampf, dann die UFC. Das habe ich noch nicht gehört. Das hat mir keiner gesagt. Deshalb kann ich das auch nicht weitergeben. Ja, es gibt keine Garantie, wie du schon richtig sagst. Trotzdem blickt man natürlich als Kämpfer auf die UFC. Klar. Glaubst du denn, dass es möglich wäre, nach diesem Kampf, also in so kurzer Zeit dann theoretisch bei der UFC aufzutreten? Also vom Fitnesslevel wäre das ein Problem? Also rein zeitmäßig. Das wäre für mich gar kein Ding. Ich bin immer im Training. Ich habe das Gewicht, was ich habe. Ich kämpfe jetzt mit dem Kampf gegen den Barsack, mache ich jetzt kein Gewicht. Das heißt, ich kämpfe jetzt mit dem normalen Gewicht, dem gleichen Gewicht, mit dem ich jetzt auch auf 84 Karten würde, theoretisch. Und deshalb wäre das für mich kein Problem. Ich bin schwer am Start, wenn mich irgendwer da einlädt, dann sage ich nicht ab. Ja, hört sich gut an. In diesem Sinne, wenn vielleicht die UFC zuschaut, wird es natürlich sinnvoll, den Jungen natürlich auf jeden Fall im Hinterkopf zu haben. Ja, in diesem Sinne viel Erfolg natürlich auf der Mixfight Gala und dann hoffen wir, durch demnächst dann nochmal zu sprechen. Vielleicht gibt es ja wirklich Positives. Nicht von der Mixfight Gala ablenken, so was das angeht. Das wird auch ein Kampf, auf den ich mich genauso intensiv vorbereiten würde, wie ich mich jetzt auf die UFC verbreite. Ich bin voll dabei. Der Kampf ist für mich sehr wichtig. Und ich würde euch auch alle dafür einladen, wer Bock hat, da vorbeizukommen. Das wird wieder eine Riesenshow. Und ich freue mich dabei zu sein, auch wenn die UFC jetzt natürlich nochmal im Raum schwebt. So Mixfight Gala ist das zweitgrößte, was in Deutschland so rumläuft, soweit ich weiß. Und da müsst ihr auch vorbeikommen. Definitiv macht das. 26.04. Mixfight Gala nicht verpassen.